Ach komm. Also Kennen ist ja wirklich geil. Kennen? Ja. Kennen ist schwer. Nee, ist geil. Ich hab gestern drei Runden alleine gespielt und hab drei Runden erst mal gewonnen. Apropos verloren, ich hab auch gerade im 1 gegen 1 verloren, weil ich viel zu down war. Okay. Ich wollt einfach mal irgendwas machen, aber... Ach shit. Ja, ich krieg's nicht hin, Leute. Ich hab euch gesagt, hätte ich Dings gespielt, wär's besser gewesen. Mann. Mann, ich hab gemisst, Digga. Scheinbar hört man's auch sehr laut. Oh mein Gott, Amumu ist da ja nicht. Renga. Alter, wieso ist der Typ so toxisch? Können wir den einfach raushauen? Just delete, okay? Ja, und wie wenn du deine Schnauze hältst. Start it. Bitte helfen Sie dir, ich bin in Gefahr. Ich hab versucht zu helfen. Ich hab versucht zu helfen. Mensch komm runder. Ich hab versucht zu helfen, aber es hat nichts gebracht. Och man, wieso bin ich so schlecht? Oh ja, ein Gewerk, da kommt gleich noch wer anderes. Ja, ich versuch's, aber das wird wahrscheinlich weniger was. Oh, er ist weg. 12 seconds later. Ich bin tot. Alter, wie kann ich so scheiße sein? Bitte keine Antwort darauf. Ich hab doch... Das ist Zeit, das wird gebracht. Ihr könnt mich nicht so... Alter, ich bin direkt in die Ult reingelaufen, das kannst du niemandem erzählen. Ich komm so raus, ult rein, tot. But that's just how it is. Das ist so ein Müll. Achtung, er ist vier Level über dir. Ja, ich weiß. Ich versuch grad irgendetwas, aber ich krieg doch nichts hin. Wollen wir da jetzt angreifen, oder was ist da der Plan? Achso, dass ich sterbe ist der Plan. Danke dafür. Love it. Ich hab keinen Bock mehr. Ja, der... Was macht... Ja, Yasuo kommt, jungle. Ja, kleine Ahnung, der Xer, Dings, der Boomstart, Amumu grad... Und jetzt mir tot. Das wär natürlich unangenehm. Komm, jetzt kill ihn bitte. Oh, danke, ich hab mal den Angriff überlebt. Oh, Jesus Christ. Na ja, danach wird die Leber geschändet. Immerhin. Pff. Nee. Ich krieg ja Tipps auf Discord von Menorix zugeschickt bekommen, aber ich glaub in der Stage, wo das Spiel ist, für mich ist alles... Ja, da hilft kein Tipp mehr, glaub ich. Nee, da hilft nix mehr. Da ist wirklich alles Hopfen und Malz verloren, wie man so schön sagt. Oh Gott, da ist jemand, da ist sofort schon. Hallo? Achso, da sind noch drei andere. Achso, ja. Ganz da ist Amumu. Voll schön, nett von euch. Da ist... Und ich bin tot. Love it. Ja, auch nicht wirklich. Komm, bespare ich mal das, Marvin. Misa löst mich eigentlich nicht. Komm, ey, bitte sag mir den kriegen wir. Alter, das kann's ja nicht sein. Deswegen ist halt, mir geht's ja einfach nicht mal... Ich will einfach nur ein bisschen Variety haben, so. Mir geht's ja nicht mal darum, dass ich unbedingt Jungle spielen will. Ich will einfach nur mal ein bisschen Abwechslung. Aber naja. Och, nö. Ich weiß ja, ich versuche aus dem Kämpf raus zu bleiben, aber ich werd verfolgt. Ja, komm, bitte. Bitte. Warum... Wieso erlöst ihr mich denn nicht? Ähm, ich geb mal kurz auf... Ich hab ja Zeit. Oh, ich hab doch keine Zeit. Amumu ist da. Sehr schön. Keine alte kanonische Ziffer. What the fuck? Was? Das ist nicht das, was ich eingegeben habe, glaub ich. Ja, da waren ja auch grad Viecher. Da ist schon wieder jemand. Wie kann's denn sein, dass ich trotz einfach mal nur chillen einfach auch immer gekillt werd? Och, Mann. Also, wenn jemand heute noch durch meine Hände stirbt, dann ist es wirklich peinlich. Leon, wir haben das nicht gut geplayt. Schönes Ding. Wir haben es auch gut geplayt. Alter, muss das sein? Da ist jetzt schon wieder jemand gekommen, Leute. Ich will doch einfach nur mal leveln. Da sind schon wieder vier Leute. Ich habe keine Lust. Ich habe keine Lust mehr. Wirklich nicht. Ich habe... Bye. Have a great time. Ich habe einfach keine Lust mehr. Ich... Es ist wirklich einfach... Es ist wirklich einfach nur... Ich... Nee. Vincent hat ihn verkauft. Nee, Alter. Das ist auch nicht Spaß. Das ist das unterhaltenste Game, was ich je gesehen habe. Also, Content ist es auf jeden Fall, Bro. Alter. Oh, guck mal, das sind Fans. Geh weg, du bist scheiße. Mach die weg, mach die weg, mach die weg. Setz, mach die weg. Setz, mach die weg. Setz, mach die weg. Setz. Und dann wechsle ich auf. Wie... Wie... Wie handhaben wir das jetzt? Der kriegt auch Null Damage. Warum kriegt dann Null Damage? Ah, ja. Ein Magic Mantel gut zu wissen. Was ist jetzt ein Tuja? Das war mal Leon in Ruhe. Oh Gott. Das habt ihr hoffentlich nicht gesehen. Oh Gott. Das ist ein Leon in Ruhe, du Arschloch. Alter, hat es jemand gesehen? Hat es jemand gesehen? Ich hab den gerade outplayed. Ich hab den gerade outplayed. Das wäre richtig dumm. Na, mach weg. Als ob ich die jetzt weg machen kann. Ich kann gleich den Tower weg machen. Komm, ich hol dir mal den Tower. Ich bin gestorben, wegen der... Ja, jetzt hat die Hourglass. Könnte besser gehen. Ah, guck mal, da ist jemand, der töte mich jetzt auch noch. Oh, jo, 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 ist das schön. Ich bin mit 6, 8 Full-Bild. Ich dachte gar nicht, kann ein Kill machen. Junge, die Shuttle rassist gemacht. Nein, ich hab nur Rassist gemacht. Ich dachte, das wäre ein Kill gewesen. Nein. Ich sterbe gar gegen Minions. Nur so. Pfff. Das stirbt wirklich. Das stirbt wirklich. Ah! What?! What the fuck?! Dieses Match war das peinlichste, was ich in meinem Mischung habe. Und ich werde auch direkt liefen, wirklich. Ich werde hier nichts angucken, gar nichts. Ich werde einfach gehen.